Alarm, es kommt ein Alarm an, Feuerwehrmann Sam ist unser Alarm, ganz egal was auch passiert, er bleibt, was immer dich bedroht, dafür ist er bekannt, ja Feuerwehrmann Sam, Sam hilft dir in der Not, nicht nur... Mom, ganz Pontypandy steht unter Wasser, oh, ich hab das Badewasser laufen lassen, oh, daran ist sich enormen, schuld, nein, Verwarnung, Hauptfeuerwehrmann Steele, Anfeuerwehrmann Sam, kannst du mich hören, Sam, kannst du mich hören, sehr laut und deutlich, Sir, Familie Jones sitzt auf dem Dach, Danke, dass ihr gleich gekommen seid, wir mussten hier raufklettern, das Wasser ist so schnell gestiegen, ja, das hatten wir noch nie, geht es euch soweit gut? Ja, nicht gut Trevor Evans, ihr ist sus? Hauptfeuerwehrmann Steele ruft Paddy Jetzt müssen wir uns vereilen, damit wir unseren Bus noch kriegen Penny, I know Penny Norman ist da und holt euch